Guten Morgen, guten Morgen, einiges ist schon im Lkw drin. Ja, von hier ziehen wir jetzt aus und ziehen dann in unsere Landschaft ein. Hier wird auch noch unser Mühlloch schnell abtransportiert. Der Wagen ist auch schon da und dann schauen wir mal, wie es fleißig von der Seite vom Garten gearbeitet wird. Wir haben ja mitten in der Stadt gewohnt durch eine sehr schöne Gegend und nun ziehen wir aus aufs Land. Und da stehen noch zwei Transporter am Grünstück hinten und die Männer sind ganz ganz fleißig. Ja, das schöne Haus hier mit den roten Dächern, das Eigentumsreihenhaus. Von hier verabschieden wir uns heute und gehen dann nach Bad Nendorf. So werden die liebevollen Arbeiter mit dem Mittagessen versorgt. So wie der Tisch halt so bei dem Umzug aussieht. Und jetzt sind alle still, haben wir auch fleißig gearbeitet und wollen einfach essen. Guten Appetit! ッ? Das ... !!!! been been the one plugs fil bail Untertitelung des ZDF, 2020